Samantha, bist du's? Wir haben uns hier eine Ewigkeit nicht gesehen. Wie... Dir scheint's ja, schlecht zu gehen. Was ist dir passiert? Hängst du etwa immer noch an diesen Glimmstängeln? Du hast doch gesehen, weil es mir gebracht hat zu rauchen. Fast hätte ich einen Lungeninfarkt gehabt. Und du isst sie sogar immer noch. Samantha, ich kann dir helfen. Das neue Projekt Palenieserbicher Wunderband stoppt jedem Raucher die Lust aufs Rauchen. Das ist ganz einfach anzuwenden. Du kannst es sogar selbst tun. Aber ich zeig's dir. Einfach vom linken Ohrläppchen zum rechten ziehen. Und schon vergeht jedem die Lust am Rauchen. Palenieserbicher Wunderband. Für nur 325,90 Euro bei der ersten Bestellung. Und gratis dazu... Das neueste Produkt von Palenieserbicher. Kennen Sie das? Sie laufen an einem Samstagmorgen durch die Stadt und denken sich... Das war früher ein großes Problem für uns Frauen. Doch ich habe seit neuestem eine Lösung. Mikoriken. Statt ficken. Bei Nebenwirkungen wie Chlamydien, Syphilis, Fallquarzen, Scheidenherbesdunklem bzw. grünem Ausluss, vaginalen Blutungen, juckenden Eczemen, brennendem Ausschlag, eitrigen Pickeln, überdimensionalen Anschwellen der Vulva und einer brenntsäuerlich auftretenden Duftnote sind wir definitiv die allerletzten, bei denen es sich lohnen würde, eine Klage oder Beschwerde einzureichen. Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht Ihnen Palenieserbicher. Vielen Dank.